Topfavorit in der Jugendklasse, Daniel Drobitz, spielt mit Lars Schabarinski und trainiert hier ein bisschen mit dem Tilman Fislinger vom Ziffern in der Ostbach. Und das ist ein bisschen mit dem Tilman Fislinger vom Ziffern in der Ostbach. Und das ist ein bisschen mit dem Tilman Fislinger vom Ziffern in der Ostbach. Und das ist ein bisschen mit dem Tilman Fislinger vom Ziffern in der Ostbach. Und das ist ein bisschen mit dem Tilman Fislinger vom Ziffern in der Ostbach. Und das ist ein bisschen mit dem Ziffern in der Ostbach. Und das ist ein bisschen mit der Ostbach. Und das ist ein bisschen mit dem Ziffern in der Ostbach.